Herzlich Willkommen zu New Super Mario Bros, hier wie immer Fireflies LP, aber wir spielen nicht alleine, wir spielen zu zwei, denn neben mir sitzt... Ich. Wer ist ich? Die GLP. Klopp, klopp. Wer da? Deine Mama... Deine Mama wer? Deine Mama Mario. Okay. Ja, wir spielen New Super Mario Bros. Auf ganz viel Niveau zum Anfang. Die beiden Brüder. Jksi Zuuuhuhhh. centimeters... So wie Eicks... So, ich spiele. Gibst du den Toad? Ich war ja, ich will mal wissen, wie die Viecher im Dings aussehen. Wie die Viecher, oh oh Oh. So, guy die Ahригinsucht? Billy Guy. Ja? Je... Siehste, wieder wir beide. Hier sind wir beide echt ein rotes Team. Heute ist Präzis im Peach Geburtstag. Also, Pfarrl. Und ganz wie R's. Ja, und die Wurz-R wird ja auf die Wurze R geschrieben. Oh, toll. Oh mein Gott, das ist jetzt ein Wartel. Acht! Roten Welt, was denn sein? Mit Bowser 9. Ja, es gibt ja hier bei den Lymphs-Omarik, du hast ja auch schon zu Eltern. Ja. Es gibt ja zwei neue Filze. Und das Fliegelding ist ja eh da oben. Auch gut. Eisfreie, äh, Eisfreie. Ich weiß nicht, ob ich mir schon mal gesagt habe. Was ging die Pingu wieder? War das ging die Pingu wieder? Habe ich noch gar nicht? Weiß ich, hab auch nicht genommen. Das ist ja schon ein Spiegel drin. Boah, das ist aber, das ist so lange her, das war, als das Spiel released wurde. Da habe ich das Spiel direkt zu Anfang geholt. Da haben wir uns eine Wii zusammen mit Benni, falls der Zuschauer dort hallo. Und da haben wir das gespielt, also auch schon jetzt Jahre her. Mario und Toad auf dem Weg. Ja, die fragen uns, welcher Toad ist der original? Ne, der original Toad ist rot. Der blaue Toad. Der blaue Toad. So, können wir? Ja, wir können. Ja, perfekt. Ja, was man noch sagen kann, diese Woche wird leider kein GTA kommen. Dafür werden sechs Folgen, Super Mario und sechs Folgen. Wenn es funktioniert, so wie ich will, Outlast. Kommen? Ich freue mich schon. Hey, Outlast. Warte, 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 warte. Oh, bist du? Ja. Ich habe alle geholzt. Ich will mir. Du bist halt nicht mehr. Du bist halt nicht mehr, du bist halt nicht mehr. Du bist halt nicht mehr. Ich fick jetzt. Das hat es vergessen. Fängt ja gut an in deinem Spiel. War die im Ersten drin oder im Zweiten? Ich weiß gar nicht. Da, hinten alle. Drauf! Ja, wir waren schneller als der... Ich weiß gar nicht. Wie ich die Dinger aufgebrochen habe. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie du drauf bist. Oh. Und dass ich klein bin, ne? Ja, was man gerade gesehen hat, als deine Blase gegangen wäre. Was man auch sagen kann, nicht, dass ich alles wundere, Ich weiß gar nicht, warum wir decken weiter mit den zwei Idioten. Der merkt den Frontier, ne? Wegen den Aufnahmen. Äh, was ist das? Ey, brah! Ich rush jetzt einfach so hier durch. Ich habe es funktioniert besser als unser Test. Nevermind. Irgendwas ist das beim Mario. Der hat irgendwie... Der heißt lieber Mario. Ja. Ich hatte ja auch Mario, weil ich auch immer am sterben irgendwie. Du solltest da oben durchlaufen, dann bist du da groß. Ähm... Wiederhobkommst du da noch. Pst! Hui! Zola! Wenn du... Das war so klein. Aber jetzt hätte ich dich gezählt, ne? Yay! Da haben wir die erste Big-Nuke, ne? Yay! Ja, das ist das Neue. Also... Das Neue, es gab ja schon immer dieses... Waschperl fliegen. Ja? Ja, ja. Äh... Gibt mir noch so viele Finger? Bereit? Ja, ja. Dankeschön. Das Lustige bei dem Spiel... Na, hey! So, ich weiß eins, dann auch. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. So. Nur beide. Ja. Und da. Wir haben uns schon wieder verpasst. Wir haben uns vorhin den letzten Mal verpasst, aber... Die ist ja nicht so tragisch, denke ich mal. Warte, 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 warte. Spaghetti, könnte... Ne. Spaghetti. Was? Ich glaub wir schaffen mehrere Level pro Aufnahme. Ja. Für zwei, drei, vier. Vier Level vielleicht, wenn wir hier für jedes Level so 5 Minuten machen, wenn wir dann so abfaden. Vorhin ging's ja. Da müssen wir ja ehrlich sagen, immer einen Testdurchlauf gemacht, ne. Eine Welt. Haben wir hier gespielt. Ja, ja. Die ganze neue. Was ist so was so ein Kacken? Ach, weiß ich. Was ist der Level? Ja, wie dumme. Na ja, ne, 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 ne. Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Nichts, oder? Du brauchst du so ein Alibaba-Dinge, ey. Ja, ja, Alibaba-Dinge. Eigentlich Klappe, Controller. Und wie der Sound einfach bald übergeblich ist, vor allem bei einem Let's Play. Ach, ich weiß nicht, was weiß ich. Alles klar, ich weiß nicht. Das ist schmeck. Wenn er jetzt was mit dem Pilz rausgekommen wäre, wäre das seine schon gewesen. Und, oh, die kamen. Ja, voll. Ja, das ist jetzt cool. Ja, ich weiß nicht, ob ich da bin. Äh, ich weiß nicht. Ja, er ist ja... Oh. Oh, oh. Da hat er Acknapp. Oh. 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 was machst du denn da? das war knapp ja, kann man noch irgendwas zu deinen Projekten sagen? außer dass ich keine Lust davon auslassen habe, weil ich Angst habe aber ansonsten hat man glaube ich schon alles so nicht da, die sollen mit einem ich Idiote die Fehler haben wir vorher schon gemacht, da können wir mich jetzt, ne? ja, ich bin fast wieder schieb ja ja, genau was haben wir in dem ich meinen bling 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 kohle 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 aua pss kohle 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 jetzt kommt sie doch nicht auf, so Idiot stop kohle dahin Oh mein Gott, komm herunter, komm herunter, komm herunter. Hier ist ein Mensch, ja, ja. Krass. Wunder, wunder, wunder. Ja, das sind noch Punkte. Das ist durch, das ist durch. Du. Gut, dass ich nicht mehr bin. Soll ich nochmal zurückkriegen? Möde. Also wer jetzt nicht wusste, die kleinen Pilze sind Ninja. So nebenbei. Hilfe. Ja. Beide so. Ja. Ja, ja. Warte, warte, warte. Genau. Ich hab sie sammeln, ich hab sie sammeln. Hä, hä, hä. Geil. Was? Wie man sieht, haben wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen mehr, wollen wir jetzt mehr Reads spielen. Sehr wahrscheinlich. Wie im Computerspiele. Ähm. So. Weak. Warte runter. Ich hab ich auch was runter. Warte. Ja. Meine Chance. Ja. Feuer. Ja. Wie Computerspiele werden wir mehr vermehrt machen als in mir jetzt? Ja. Weil wir es können. Ja, das können. und das in zehn minuten haben wir schaffen einiges in dieser woche durch sechs folgen diese woche jeweils auflast und machst du es danach wieder in kürzer abschätten also ich habe es ja gesagt ich mache das wirklich so machen mit neustart jetzt deswegen ja die haben sich gut an die dinge kann man lernen pilze hören sich an wie keine hier mit 1 kann hier falls wir abfällen größe machen und so was ist das kleine blaue schrumpfen um zurück zu gehen ist ja nicht welt ist da oben eigentlich da gab es ein special item stuff auch so ja stimmt Ach nee, da kommt noch ein Winger hin. Ah! Alter! Hast du gesehen? Ja, so. Ja, mit T-Worker hast du jetzt hier gemacht. Ja, das läuft bei uns nicht immer so mit den T-Worker. Wie wir ja schon gesagt haben, haben wir schon getestet. Aber wir müssen sowieso mal überlegen, ob man nicht vielleicht generell einen Channel zu zweit betreiben sollte. Weil dann können wir auch mal vermehrt wieder einzelne Spiele spielen auf unseren Channel und machen wir uns einen Channel gemeinsam würde ich für ein paar sagen. Oh! Dass wir einen neuen Channel machen für Elf T-Works. Wir beide. Elf. Ja, wir haben ein Spiel erreicht. Ja, wir haben ein Spiel erreicht. Ja, wir wollen aber was schaffen gehen. Und deswegen die Sache. Elf T-Share für uns beide wäre schon bestimmt... Ja, wenn ich gehen würde. Der ist ja auch zwischendurch immer mit seinen Dings beschäftigt. Wir haben mehr Zeit für... Wir haben mehr Zeit für Elf T-Plays als er. Und er auch einfach nur mit dem Racing immer unterwegs ist da uns. Und deswegen... Wala! Nein! Oh Gott! Nein! 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 Nicht schon wieder da unten! Ja! Diesmal ist besser die Temperaturen. Müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir wirklich noch einen Channel dann auch. Noch. Bei der... Huya Außen. Der... Ja, der... Der müsste es offensichtlich hier nicht gut sagen. No, 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 no! Hast du jetzt gesagt... Ach was? Ja. Ich habe nicht zuhört. Ja, wir müssen das offensichtlich ja nicht noch erwähnen. Mit dem Huya Außen. So, ja. Wer schmeißt dich rein, du? Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich, wie sie mich ausschießt. Mach jetzt! Ich verkeh jetzt nicht mal, dass es noch Zeit ist, verdammt. Ja, siehst du, vier Welpen pro Dings. Oh ey, wir werden einige schaffen. Wer weiß, wie wir hinterher abfällen, ne? Ja gut, vor allem den Kassel. Ja. Schmeiß wegs. Takashis Kassel. Mario, wir haben diesen Brief im Schloss erhalten, er verheißt nichts Gutes. Von Bowser Junior. Sobald deine Freunde weg sind, stecken meine Leute alle tot in? Wenn du sie retten willst, musst du es alleine tun. Okay. Verlassen wir das Spiel. Ich sorge mich um meine Freunde. Wenn du sie siehst, tragen sie zum Ziel. Ja klar, auf jeden Fall. Ja. Ich werde immer nicht mitbewegen jetzt. Also da rein, gucken was da so abgeht. Also ich glaube schon einfach stauben, ne? Du schluss doch. Ja. Sei vorbei. Du schluss. Blut. 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 Vielleicht kommt man noch den nächsten Mal. Kannst auf der Karte eins drücken, was ich hier gerade schon leise in den Fissen aufs. Um Ethems zu verwenden, es lohnt sich immer Ethems einzusetzen und um schwere Releine zu bestehen. Booyah bitch! Ab ins Kossel! Ich bin das erste. Bald ist es so weit, wo die ganze Natur auf dem Namen hört. Yugi vs. Fireflies? Die Trailer wurden schon sehnsüchtig angeguckt. So demnächst ich will. Ich weiß gar nicht, dass ich jetzt mal mehr geguckt hab. Wir waren an die 10 durch bisher im Jahr. Kommentare? Ist schon ein Floh, ist schon ein Fein. Einen? Ja? Kommentiert wird ja hier eben nicht. Die Leute wollen einfach nur so nennen. Sie schrie den Mocheln. Ja, genau so. So, beide eine. Ja, ist ok. Du auch. Ja! Danke, dass du dazwischen springst. Ach! Warte, warte, warte. Naja, jetzt los. Wirst du die Mitte haben? Ja, okay. Wir sind so fein. Wir sind so fein. Wir sind so fein. Wir müssen weg. Warte, warte. Wir sind so fein. Wir sind so fein. Ich hab's auch. Schaffst du noch die kleinen Spiegelchen? Schaffst du es? Das Problem hat das beim letzten Mal schon, meine ich, ne? An derselben Stelle. Nein, Mann! Ah. Schlauze. Ja, warum ist gleich so, ne? Alter! Ich hab mehr Skid als zu. Das sind kleine Eier, lieber Gott. Ich komm aus der Generation von J.V. oder Mario. Du ja nicht so. Schlauze. Hey! Ah. Danke. So! Ja! Mach mal Arsch mehr Skills! No? No, no. Danke! Willst du noch? Ja, ich komm jetzt so. Jetzt hab ich gerade erst verboten gebasht. Jetzt müssen wir mal wieder... Oh mein Gott! Ich sag noch im Wechsel... Oh mein Gott! Nein! Du Vollidiot. Deine Schuld. Ja. Das war der erste Fail. Ich sag nur noch im Wechsel und sch- Ja. Sollen wir bitte die Team nehmen? Ja, bitte. Was passiert, wenn man nicht auf meinen großen Brüder hört? Ist egal. Oh. 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 Du bist zum... zum besonderen Pilz. Ja. 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 Aber... Ja. So. Im Wechsel. Der Pilz geht zuerst. Steh auch vorne. Los. Was? Mit der ganzen Tagzeit? Mit der ganzen Tagzeit? Ah. Sauber. So bin ich nicht. Hoppala. Nein! So kann man es machen, dann ist man aber kacke. Ja. Ja. Da ist noch nicht mehr so gut, dass es jetzt gesagt wird. Danke. So war das jetzt? Hi. Sapsan. Hier sind wir jetzt schon. Sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch-sch. Habe ich einfach nicht mehr. Ist gut. Man kümmert sich schon um alles. Apatode. No. Apatode. Machst du das? Machst du das. Alter. Alter. Ich habe nichts eingesetzt, aber ich habe die Schlar an die Broder. Du hast sowieso schon elf. Ups. Du musst es so sehen. Wenn ich mehr Leben habe, dann kann ich später nochmal weiter machen. Wenn du stirbst und das ist ja wichtiger, weil ich erster bin. Vor allem mit deinem Kleid. Tschüss. Schön! Du hast das Intode da oben, war doch noch in der Ecke, weil du das privat ist. Ja, was weiß ich, dass der Toad dir stirbt. Ah, 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 ah. Ist doch, das klingt. Geil. Ist die. Komm zu mir! Du kleine Kaffee. Ja, Papa. Oh. Ja, ja, ja. Boah. Pfeuer. 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 In your ass. Ist die erledigt. So, haben wir den Fail mindestens wieder rausgerissen und dann. Verabschieden wir uns für diese Folge, da habe ich schon wieder die 20 Minuten. Vor allem. Alles gleich, Tschüss. Was? Wir sind beim ersten Castle, haben es geschafft. Danke, sprechen wir hier jetzt ganz unerfällig während der Pause und auf Wiedersehen. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.